Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum und zu meinem neuen Video, dem Level Guide für das schnelle Leveln von 1 bis 70. Da der bereits auf meinem Kanal vorhandene Level Guide mittlerweile doch etwas in die Jahre gekommen ist, habe ich mich dazu entschlossen, davon einfach mal eine neue Version aufzunehmen, denn es ist tatsächlich so, es hat sich viel im Spiel getan, wir haben neue Möglichkeiten, neue Optionen uns diesen Level-Prozess so angenehm und schnell wie möglich zu gestalten. Mir ist auch vollkommen bewusst, dass es auch andere Varianten, andere Möglichkeiten zum Leveln gibt, die ich hier in diesem Video vielleicht mal ganz kurz anreißen werde oder aber auch gar nicht erwähnen werde. Das, was ich euch jetzt hier zeigen möchte, ist meiner persönlichen Meinung nach der beste Mix aus Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Effektivität und es ist darüber hinaus von jedem Spieler auch ohne großartige Vorkenntnisse sehr, sehr einfach umsetzbar. Ihr könnt diesem Guide im Solospiel und auch im Gruppenspiel folgen, ihr könnt das Ganze im Softcore oder im Hardcore-Modus machen, so dass ich sagen kann, es ist eine Variante, die tatsächlich viele Optionen offen lässt. Solltet ihr allerdings das allererste Mal Diablo spielen, solltet ihr das allererste Mal in dieses Spiel reinschauen, dann kann ich euch nur ans Herz legen. Startet das Spiel im Story-Modus, spielt einmal die Kampagne von vorne bis hinten durch. Meiner Meinung nach lohnt sich das sehr. So, dann soll es jetzt auch direkt losgehen. Um einen Charakter leveln zu können, brauchen wir natürlich auch erstmal einen Charakter oder aber wir reinkarnieren einen alten, vorhandenen Charakter. Das können wir immer tun, wenn die Saison angefangen hat und das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass dieser Charakter komplett zurückgesetzt wird und wir auf Stufe 1 mit dem bereits vorhandenen Charakter in die neue Saison starten können. Für dieses Video erstelle ich jetzt aber einen Charakter und da ich in der nächsten Saison mit einem Barbar anfangen werde, werde ich jetzt hier auch erstmal einen Barbar erstellen. Ich kann jetzt hier natürlich noch auswählen, ob das ein Hardcore-Held sein soll oder wenn die Saison schon begonnen hat, dann kann ich hier dieses alles entscheidende Häkchen bei saisonaler Held setzen. Nachdem der Charakter erstellt wurde, statte ich den immer als allererstes hier unten aus meiner Sammlung mit einem kleinen Gefährten aus, damit dieser Gefährte fortan jegliches Gold aufsammelt, welches im Spiel so gedroppt wird und das ist natürlich immer sehr schön, wenn ich mich da nicht selber drum kümmern muss. Wenn wir auch das erledigt haben, kommt jetzt der alles entscheidende und wichtigste Punkt in diesem ganzen Guide. Wir wollen jetzt als allererstes nach dem Saisonbeginn das Herausforderungsportal abschließen. Man kann das gar nicht oft genug sagen, nach dem Saisonbeginn wollen wir das abschließen. Wir dürfen das auf gar keinen Fall in einer Woche, in der eine Saison startet, vor dem Saisonbeginn abschließen, denn das Problem, was daraus resultiert, ist, dass wir nach dem Beginn der Saison dann nicht mehr mit unserem saisonalen Charakter an diese Belohnung rankommen können. Und diese Belohnung ist die Basis für diesen Guide, diese Belohnung ist die Basis für all die Tipps und Tricks, die ich jetzt hier dann auch nochmal ansprechen werde. Diese Belohnung brauchen wir definitiv mit unserem saisonalen Charakter und dementsprechend ist es tatsächlich so wichtig, dass ich es jetzt nochmal sage, das Herausforderungsportal in einer Woche, in der eine Saison startet, nicht vor Saisonbeginn abschließen. Herausforderungsportale im Allgemeinen sind zugänglich, nachdem mindestens einmal ein großes Nephilimportal in dem Spiel abgeschlossen wurde. Sollte das bei euch noch nicht der Fall sein, dann müsst ihr erst das Spiel soweit spielen, dass ihr einmal ein großes Nephilimportal abgeschlossen habt und dann sind auch für euch die Herausforderungsportale zugänglich. Ich kann euch nur empfehlen, das Herausforderungsportal in jedem Fall in einer Gruppe zu spielen. Das heißt, völlig egal, ob ihr danach Solo leveln wollt oder in einer Gruppe, macht dieses Herausforderungsportal immer in einer Gruppe, sprich entweder in der Gruppe, mit der ihr dann im Anschluss auch leveln wollt oder aber in einem öffentlichen Spiel. Das hat den Hintergrund, dass dieses Herausforderungsportal grundsätzlich so gedacht ist, dass man sich im Solospiel miteinander vergleichen kann. Diese Portale sind immer gleich aufgebaut und man hat auch die gleiche Ausrüstung zur Verfügung. Und wenn wir das Ganze jetzt in einer Gruppe machen, sind wir natürlich sehr viel stärker als der einzelne Solospieler, der die Vorlage dafür geliefert hat. Und dementsprechend ist die Chance sehr viel höher, dass wir das im ersten Versuch auch gleich schaffen. Wenn ihr dann also das Herausforderungsportal abgeschlossen habt, startet ihr das Spiel im Abenteuermodus auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Nachdem das Spiel gestartet wurde, holt ihr euch natürlich als allererstes eure Belohnung. Diese findet ihr hier unten unter dem kleinen Briefchen. Dort findet ihr dieses Würfelchen, legt es euch ins Inventar und öffnet es. Ihr werdet dann feststellen, dass da ganz viele tolle Sachen drin sind. Dort sind enthalten 35 Atem des Todes, 475 Blutsplitter, ein paar Millionen Gold, 15 Bounty-Materialien aus jedem einzelnen Akt und auch die restlichen Handwerkmaterialien. All diese Sachen werden wir jetzt auch gleich auf den ersten Leveln verwenden und benutzen und versuchen darüber uns diesen Levelprozess einfach ein bisschen zu erleichtern. Bevor wir das machen, latschen wir als allererstes mal zu dem Begleiter unserer Wahl, also zu dem Begleiter, der die Waffenart trägt, die auch wir tragen können. In meinem Fall ist das der Templer. Mopsen dem Templer erstmal die Waffe und tauschen die mit unserer Waffe aus, denn ihr seht das jetzt hier im unteren Bereich. Diese Waffe ist sehr viel stärker als die Waffe, die der Spieler selber vom Spiel gesponsert bekommt. Und so ist das auf jeden Fall gleich erstmal schon mal ein dickes Upgrade. Solltet ihr Solo leveln, dann wäre es jetzt auch sinnvoll, direkt einen Begleiter gleich anzuheuern und mit auf die Reise zu nehmen. Es lohnt sich übrigens auch sehr, gerade am Anfang nochmal beim Händler hier vorbeizuschauen. Wie gesagt, wir haben gerade eine Million Gold oder mehrere Millionen Gold aufgesammelt und der Händler hat Waffen der Stufe 1 im Angebot. Und ihr seht es jetzt hier, manchmal sind diese Waffen sogar besser als die Waffe, die wir vom Begleiter bekommen. Und da ich als Barbar sowieso zwei Waffen tragen kann, zwei Einhandwaffen tragen kann, gönne ich mir hier jetzt natürlich gleich nochmal zwei neue Waffen und nehme natürlich die, die mehr Erfahrung pro getöteten Gegner dabei haben. Denn das ist natürlich dann auch einfach nochmal direkten Upgrade. Dann sind wir schon mal ganz gut gerüstet. Als nächstes versuchen wir jetzt erstmal unsere 475 Blutsplitter bei Kadala gewinnbringend umzusetzen. 475 Blutsplitter, das reicht, wenn wir ein Rüstungs- oder ein Offhand-Item gambeln, reicht für 19 Versuche. Und ihr findet natürlich unterhalb des Videos jede Menge Links und so auch einen Link zu der Internetseite, auf dem ihr euch vorher anschauen könnt, welche Items auf Level 1 bei Kadala verfügbar sind und welche Items dort auch einen großen Bonus mit sich bringen. Ich zeige das jetzt hier nochmal am Beispiel vom Barbar. Das hier ist die verlinkte Internetseite d3planner.com. Dort gibt es einen Bereich, auf dem wir tatsächlich nachschauen können, welche Items wir auf Stufe 1 von Kadala bekommen können. Und das können wir natürlich für jede Klasse nachgucken. Und das Wunderbare daran ist auch für jedes Level. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal Level 1 eingebe, schrumpft diese Liste zusammen und ich kann mir dann jetzt überlegen, welche Gegenstände denn für mich als Barbar auf Stufe 1 zum Leveln sehr interessant wären. Und beim Barb ist das sehr eindeutig. Beim Barb sind das die Armschienen. Dort haben wir zwei legendäre Armschienen im Item Pool. Das heißt, das sind die einzigen beiden legendären Armschienen, die ich auf Stufe 1 von Kadala bekommen kann. Und egal welche ich davon bekomme, es ist ein megamäßiges Upgrade. Dementsprechend könnt ihr euch das vorher anschauen. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich habe euch auch eine kleine Tabelle verlinkt, in der ihr sehen könnt, welche Items meiner Meinung nach lohnenswert sind. Das aber bitte ist alles nur als Empfehlung zu betrachten, was ihr da letzten Endes draus macht und welche Items ihr dort ins Visier nehmt und wofür ihr eure Blutsplitter ausgebt. Das bleibt natürlich selbstverständlich euch überlassen. Das ist wie gesagt einfach nur eine gut gemeinte Empfehlung. Ich beim Barb werde mich jetzt hier auf diese Armschienen einschießen und möchte natürlich gerne entweder die Armschienen der ersten Menschen oder aber die Armschienen der Zerstörung haben. Egal welche dabei rauskommen, die Armschienen der ersten Menschen wären mir noch ein bisschen lieber. Aber egal welche dabei rauskommen, es ist ein megamäßiges Upgrade. Armschienen zählen ja natürlich auch zu den Rüstungsgegenständen und dementsprechend kosten auch diese 25 Blutsplitter pro Versuch. Und das heißt, wir haben jetzt 19 Versuche an diese Armschienen zugelangen. Das heißt, wir haben jetzt hier im achten Versuch tatsächlich genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben die Armschienen der Zerstörung bekommen. Erhöht den Schaden, den seismisches Schmettern den ersten zehn getroffenen Gegnern zufügt um 483 Prozent. Dementsprechend kann ich diese Armschienen jetzt ab Stufe 16 tragen und habe ab Stufe 16 diesen enormen Schadensbonus zur Verfügung. Jetzt habe ich natürlich noch elf weitere Versuche zur Verfügung. Mit diesen elf Versuchen versuche ich mir jetzt weitere interessante Items zu ergämbeln. Das wären beim Barbar natürlich eine Hose, das wären die Pockenpantalons. Das hat mich jetzt zwei weitere Versuche gekostet und auch dieses Item ist ein megamäßiges Upgrade. Da wir jetzt schon zwei Items bekommen haben und erst zehn Versuche verbraucht haben, habe ich noch weitere neun Versuche übrig und werde mir jetzt noch versuchen, Leorix Krone zu ergämbeln. Nein, das hat leider nicht funktioniert, aber auch das hätte jetzt noch klappen können. Dann wäre es tatsächlich aus meinen Augen sehr, sehr nah an perfekt gewesen und dementsprechend habe ich jetzt auf jeden Fall reichlich Items hier im Gepäck und zwei davon, die mich ganz entscheidend weiterbringen. Damit kommen wir jetzt zur nächsten Thematik. Dafür benötigen wir Kanais Würfel und das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad normal gestartet haben, denn Kanais Würfel müssen wir uns natürlich als erstes Mal organisieren und Kanais Würfel finden wir in Akt 3 in den Ruinen von und da ist es so, dass wir durch diesen großen Eingang hier gehen, über die Brücke rüber und durch diesen großen Eingang gehen und dann einfach anfangen, die komplette Karte aufzudecken, um dann letzten Endes den Eingang zum Sanktum der Ältesten zu finden. Nachdem ihr dann auch im Sanktum der Ältesten die komplette Karte aufgedeckt habt, findet ihr dort einen Raum. In diesem Raum findet ihr dann Kanais Würfel, diesen müsst ihr dann einfach nur anklicken und könnt ab sofort über Kanais Würfel verfügen. Wir benötigen Kanais Würfel, um unsere Atem des Todes, die wir erhalten haben aus dem Belohnungswürfelchen, effektiv einzusetzen. Dafür habe ich euch auch wieder eine kleine Liste vorbereitet, die habt ihr im unteren Bereich des Videos verlinkt. Auf dieser Liste findet ihr meine Empfehlung, welche Gegenstände lohnenswert sind zum aufwerten. So sieht diese ganze Liste jetzt hier aus und ihr seht dort halt die einzelnen Klassen aufgelistet, welcher Gegenstandstyp sich lohnt und wie groß die Chance dabei ist. Jetzt seht ihr, dass es beim Totenbeschwörer und beim Dämonenjäger so ist, dass ihr egal welches Item dort raus kommt, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Bonus erhaltet und bei den anderen Klassen sieht es leider nicht ganz so prall aus. Insbesondere möchte ich hier nochmal einmal ganz kurz den Hexendoktor ansprechen. Beim Hexendoktor gibt es nicht wirklich etwas, was sich lohnt aufzuwerten mit diesem Atem des Todes. Das Aufwerten eines normalen, hergestellten Gegenstands in einem legendären Gegenstand kostet uns in Summe 30 Atem. Also wenn wir das Extrahieren in den Würfel noch mit einbeziehen und meiner persönlichen Meinung nach lohnt es sich beim Hexendoktor nicht, dieses zu tun. Beim Hexendoktor würde ich tatsächlich diese Atem des Todes halt aufsparen und lieber irgendwelche anderen legendären Affixe in den Würfel extrahieren, die ich im Verlauf des Levelprozesses finde. Für alle anderen Klassen seht ihr hier, was meine Empfehlung ist, welches Item oder welchen Itemtyp ihr aufwerten solltet und welches meiner Meinung nach auch das bestmögliche Item ist. Auch da wieder nochmal der kleine Hinweis, auch das sind tatsächlich einfach nur gut gemeinte Empfehlungen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, bleibt euch das natürlich völlig frei, dort auch was anderes aufzuwerten. Für den Barbar habt ihr gesehen, dass es die mächtigen Zweihandwaffen sind, die da für uns interessant sind und ich sage das jetzt nochmal dazu. Wir haben jetzt den Schmied aufgewertet. Das hat uns einen Atem des Todes gekostet. Wir haben insgesamt 35 Atem des Todes bekommen. Wir brauchen 25 Atem des Todes, um einen normalen gelben Gegenstand in einen legendären Gegenstand aufzuwerten und wir brauchen weitere fünf Atem des Todes, um die legendäre Eigenschaft dieses Gegenstandes in Kanaiswürfel zu extrahieren. Das heißt, kurz gesagt, wir haben nur einen einzigen Versuch. Beim Barbar sind es, wie gesagt, die mächtigen Zweihandwaffen, die wir aufwerten wollen. Dafür gehen wir hier zum Schmied und lassen uns eine mächtige Zweihandwaffe der Stufe 70 herstellen. Diese Waffe tragen wir dann sogleich zu Kanaiswürfel, wählen hier aus der Liste das dritte Rezept, seltenen Gegenstand aufwerten, schmeißen die Waffe dort rein, füllen die restlichen Handwerk-Materialien dort ein und drücken hier unten auf Transmutieren. Wir haben jetzt eine 33,33% Chance, etwas Gutes zu erhalten, denn es ist beim Barbar so, wir haben zwei gute Items, die dort rauskommen können und insgesamt vier schlechte, die dort rauskommen können. Das war jetzt auf jeden Fall das bestmögliche Ergebnis. Also, da wir die anderen Armschienen erhalten haben, war es nicht das bestmögliche Ergebnis. Aber wir haben jetzt hier den Hammer des Richtspruchs erhalten. Diese Waffe sorgt dafür, dass der Schaden von Hammer der Uhr an um bis zu 800% erhöht wird. Und wenn ich jetzt diesen Gegenstand in den Würfel extrahiere, das mache ich natürlich mit dem ersten Rezept. Auch hierfür haben wir die Materialien aus dem Herausforderungsportal erhalten. Wir füllen das Ganze hier ein, drücken auf Transmutieren und können die legendäre Eigenschaft vom Hammer des Richtspruchs extrahieren und haben ab diesem Zeitpunkt den Effekt vom Hammer des Richtspruchs zur Verfügung. Den Skill Hammer der Uhr an schalten wir beim Barbar schon auf Level 2 frei. Das heißt, ab jetzt sofort profitiere ich von diesem legendären Effekt. Und das ist der Grund, warum wir diese Chance nutzen sollten und warum wir auch diese Materialien investieren sollten, um einfach im Glücksfall gut dazustehen und super einfach durch diesen Levelprozess zu kommen. Denn mit 800% erhöhtem Schaden ist es überhaupt kein Problem, das Spiel vom Schwierigkeitsgrad her schwieriger einzustellen und dann auch dementsprechend weiter zu kommen. Das waren also schon mal zwei ganz grundlegend wichtige Dinge. Als erstes die Blutsplitter, danach die Aufwertungsaktion. Dafür benötigen wir wie gesagt Kanais Würfel. Wir können jetzt aber auch vorbereitend noch gleich ein paar andere Sachen machen, bevor wir mit dem eigentlichen Leveln halt tatsächlich anfangen. Wir gehen jetzt erneut zum Schmied und stellen uns eine weitere Waffe der Stufe 70 her. Ich mache das immer ganz gerne mit den Zweihand-Exten. Die sind in meinen Augen immer sehr ressourceneffektiv und funktionieren prima dafür. Das Wunsch-Item, den Wunschgegenstand, den wir hier gerne erzeugen möchten, ist eine Zweihand-Axt der Stufe 70, die im primären Stad-Bereich Leben pro Treffer und im sekundären Stad-Bereich einen Kontrolleffekt drauf hat. Wir können das Ganze natürlich nicht unbegrenzt craften, sondern nur ein paar Versuche haben wir, denn wir haben natürlich nicht unbegrenzt Materialien zur Verfügung. Wenn wir aber eine solche Waffe bekommen, wie zum Beispiel diese hier, Leben pro Treffer und ein Kontrolleffekt im sekundären Bereich, ist das perfekt. Sollte uns das in den ersten, ja ich sag mal 5, 6 Versuchen nicht gelingen, dann nehmen wir eine Waffe, die im unteren Bereich einen Kontrolleffekt drauf hat, wie zum Beispiel Chance pro Treffer, den Gegner zu betäuben. Warum das jetzt so wichtig ist, dass dort dieser Stad Leben pro Treffer und dieser Kontrolleffekt drauf ist, zeige ich euch jetzt sofort, denn wir gehen jetzt mit diesen Waffen zu Myriam und versuchen diese Waffen früher für uns verfügbar zu machen. Denn es ist natürlich so, dass diese Waffen normalerweise ab Stufe 70 tragbar sind und wir werden jetzt versuchen, dort eine Level oder eine Reduzierung der Stufenanforderung drauf zu rollen. Das funktioniert am besten, wie gesagt, mit den Waffen, wo Leben pro Treffer und Kontrollverlusteffekt drauf ist. Diese Waffen, die nur einen Kontrollverlusteffekt im sekundären Bereich haben, eignen sich aber auch dazu. Ich zeige euch jetzt den Unterschied. Wir wollen dann im unteren Bereich den Stad umrollen, der nicht der Kontrolleffekt ist. Das wäre hier dieses Kein-Haltbarkeits-Verlust. Ihr seht, es gibt jetzt hier gerade mal noch drei verfügbare Optionen und eine davon ist Stufenanforderung um 2 bis 30 reduziert. Gut, wenn ich eine Waffe nehme, die weder Leben pro Treffer hat oder auch noch nicht mal diesen Kontrollverlusteffekt im unteren Bereich, dann werdet ihr feststellen, sieht das Ganze komplett anders aus. Dann sind es hier etliche Optionen, die dabei rauskommen können und es ist natürlich sehr viel unwahrscheinlicher, dass dort diese Level-Reduzierung bei rauskommt. Wenn ihr das, ja, ich sag mal suboptimale Item erwischt habt und dementsprechend einen Kontrollverlusteffekt im unteren Bereich habt, aber kein Leben pro Treffer, ist die Chance auch noch ganz gut. Dann habt ihr hier noch vier mögliche Optionen. Wir nehmen jetzt aber hier natürlich erstmal das Item, welches nur drei Optionen zur Verfügung hat und hoffen, dass wir eine möglichst hohe Stufenreduzierung erreichen und das mit möglichst wenigen Versuchen. Denn wir müssen uns der Sache bewusst sein, wenn ich das jetzt hier umrolle, kostet mich schon der erste Versuch 33.000 Gold oder knapp 34.000 Gold und dieser Wert erhöht sich natürlich immer und wir haben auch nicht unbegrenzt Gold zur Verfügung. Dementsprechend so wenig Optionen wie möglich, desto größer wird die Chance und desto besser funktioniert das Ganze und wir schauen jetzt einfach mal, wie glücklich wir hierbei sein werden. Das, was ihr hier jetzt seht, ist mir beim wirklichen Saisonstart tatsächlich noch nie gelungen. Das hat noch nie funktioniert. Deswegen bin ich jetzt auch felsenfest davon überzeugt, dass beim kommenden Saisonstart auch ich wieder der Letzte in der Gruppe sein werde, der eine Waffe mit Stufenreduzierung tragen kann, da das jetzt hier einfach zu gut funktioniert hat. Das war jetzt der erste Versuch auf diesem Gegenstand und wir haben fast das Maximum an Stufenreduzierung erreicht und dementsprechend habe ich jetzt hier eine Zweihandachse mit 3000 DPS, die ich ab Level 41 bereits tragen kann. Das in Kombination mit dem Hammer des Richtspruchs im Würfel, mit den Armschienen der Zerstörung am Charakter, ist natürlich das Optimum. Das würde mir den Levelprozess so viel leichter und so viel schneller machen, da ich das Spiel jetzt natürlich sehr viel schwieriger einstellen kann und ab Stufe 41 sowieso überhaupt keine Probleme mehr habe, irgendwelche Gegner zu töten. Das heißt also, das war jetzt einmal die Demonstration, wie es optimalerweise laufen sollte. Das klappt natürlich nicht immer, aber das sind die Chancen, die wir zur Verfügung haben und die sollten wir auch nutzen. Bevor es jetzt mit dem eigentlichen Level losgeht, würde ich jetzt tatsächlich noch zwei weitere Dinge tun. Ich würde mir als erstes auf jeden Fall vom Schmied Waffen herstellen. Und zwar könnt ihr das hier sehen, es geht auf Stufe 8, geht es los. Dann Stufe 16, Stufe 21, Stufe 29, Stufe 33 und Stufe 37. Stufe 41 brauche ich mir nicht herstellen, denn ab Stufe 41 kann ich ja meine Waffe tragen, die ich gerade bearbeitet habe. Aber diese fünf Waffen würde ich mir auf jeden Fall direkt herstellen. Ich würde sie auch tatsächlich im Inventar behalten. Da reicht auch jedes Mal, wenn wir eine davon herstellen. Und diese Waffen würde ich, wie gesagt, im Inventar behalten. Wir müssen dann natürlich darauf achten, dass wir diese Waffen nicht aus Versehen zerlegen. Aber wir haben dadurch den rigorosen Vorteil, dass wir auch während des laufenden Spiels immer die bestmögliche Waffe zur Verfügung haben. Das heißt also, wenn ich jetzt beigehe und das heißt also, bevor ich jetzt loslege zu leveln, würde ich mir die 41er Waffe, die würde ich mir einfach wegpacken, weil die Chance, dass ich die aus Versehen zu groß ist, viel zu hoch ist und würde mir einfach die anderen Waffen, die ich jetzt gerade hergestellt habe, würde ich mir im Inventar belassen. Die auf Stufe 8 kann ich schon direkt tragen und ihr seht es jetzt hier, warum das so wichtig ist, plus 90% Schaden. Dementsprechend würde ich diese Waffe jetzt ab sofort verwenden und wenn ich dann die nächste Stufe erreicht habe, das war glaube ich Stufe 16, dann würde ich halt auf die nächste Waffe wechseln können. Und das direkt im Spiel, ohne das Portal oder den Ort, an dem ich mich gerade befinde, verlassen zu müssen. Das ist auch nochmal ein sehr entscheidender Punkt. Ein weiterer Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist, dass es im Spiel unterschiedliche Händler gibt. Ihr findet in jedem Akt des Spiels, findet ihr einen Händler, der den Namenszusatz der Hela trägt. Bei diesen Händlern könnt ihr ab Stufe 7 Ringe kaufen und diese Ringe können den Stud plus 2 bis 4 Schaden enthalten. Und dieser Stud hört sich sehr, sehr unscheinbar an, aber er bringt uns tatsächlich sehr weiter. Wenn ich davon 2 Ringe kaufe, achtet bitte auf meinen Schaden, den ich aktuell verursache. Das sind 22,6. Und wenn ich diese beiden Ringe jetzt anlege, verursache ich danach 30,8 Schaden. Das heißt also, wir haben hier einen enormen Schadenszuwachs und das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das Gleiche funktioniert mit Amuletten. Dafür muss man allerdings, ich glaube Stufe 10 oder sogar Stufe 11 sein. Das heißt also, es lohnt sich dann auch nochmal, wenn ihr da gerade mit einem Portal oder Ähnlichem fertig seid, nochmal beim Händler vorbeizuschauen oder bei den Händlern vorbeizuschauen, die den Namenszusatz der Hela tragen, um dann auch ein Amulett mit diesem Stud plus Schaden zu erhalten. Ab Stufe 15 können im Spiel Edelsteine fallen gelassen werden und es ist tatsächlich so, dass die Rubine am interessantesten für uns sind. Wenn wir einen Rubin in unseren Helm sockeln, dann gibt uns das ein Plus an Erfahrungspunkten. Sehr, sehr wichtig. Und wenn wir einen Rubin in unsere Waffe sockeln, dann erhöht sich der Schadensoutput dieser Waffe. Das heißt, während der Levelphase solltet ihr auf jeden Fall in eure Waffe und in euren Helm Rubine sockeln. Nachdem wir jetzt diese ganzen Vorbereitungen getroffen haben, nachdem wir jetzt diese ganzen Hinweise im Hinterkopf haben, kann jetzt auch der eigentliche Levelprozess losgehen. Wir haben dafür verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wenn ihr Solo unterwegs seid und insbesondere auch dann, wenn ihr mit einer Fernkampfklasse unterwegs seid, empfiehlt es sich, das Ganze über den Massakerbonus zu machen. Dies bedeutet, wir versuchen im normalen Abenteuermodus so viele Gegner hintereinander zu töten, dass sich die Erfahrungspunkte erhöhen, die wir dafür erhalten. Solltet ihr das in einer Gruppe machen, oder besser gesagt, so wie ich das immer mache, ich level das immer in einer Gruppe. Wir leveln ausschließlich in den normalen Nephalem-Portalen. Das hat den Hintergrund, dass das meiner Meinung nach das interessanteste, spaßigste Spiel ist. Und das hat aber auch den Hintergrund, dass in den Nephalem-Portalen einfach mehr Beute droppt. An dieser Stelle sei vielleicht auch noch mal erwähnt, dass es in der Videobeschreibung wieder die Links zu den sehr beliebten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Level-Guides in PDF-Format gibt. Diese PDFs könnt ihr euch natürlich ausdrucken, auf einen anderen Monitor legen, wie auch immer, auf jeden Fall so, dass ihr die beim Leveln halt direkt einsehen könnt und dann auch gar nicht lange überlegen müsst, auf welcher Stufe ich welchen Skill auswählen muss und so weiter und so fort. Das ist immer eine ganz gute Hilfestellung. Ansonsten, das Einzige, was wir sehr oft noch vor dem Betreten des ersten Nephalem-Portals machen, ist, dass wir ein Boss-Bounty machen. Dafür empfehlen sich als allererstes die Bosse aus Akt 2. Das wäre der Traumboss, Sollton Kull. Und Magda geht ganz genauso gut. Das funktioniert auch wunderbar. Und wenn das alles nicht klappen mag, kann man auch in Akt 1 den Skelettkönig machen. Dabei geht es aber einfach darum, dass das Ganze auch als Kopfgeld ausgeschrieben ist, damit wir nach dem Töten des Bosses an die Belohnung dafür kommen, an diese Beutetruhe. Darin sind auf jeden Fall die ersten gelben Gegenstände und das ist immer noch mal so ein ganz guter Quickstart, sag ich mal. Das kann man machen, muss man aber natürlich nicht. Man kann auch direkt mit den Nephalem-Portalen anfangen. Vom Schwierigkeitsgrad her stellen wir das Spiel immer so ein, je nachdem, wie gut diese ganzen Vorbereitungen geklappt haben, je nachdem, wie viele Leute halt schon Zugriff auf irgendwelche legendäre Affixe haben. Dann im späteren Verlauf regulieren wir das Ganze dann natürlich auch immer danach, wie gut wir Beute droppen oder aber auch, wie viele Spieler dann auf diese level-reduzierte Waffe auch zurückgreifen können. Generell würde ich tatsächlich sagen, stellt das Spiel lieber eine Stufe leichter als eine Stufe schwerer, denn es ist immer oftmals so, dass es effektiver ist, mehr Gegner zu töten als länger einzelne Gegner und dafür mehr Erfahrungspunkte für einzelne Gegner zu bekommen. Ganz oft ist es einfach effektiver, zwei, drei Gegner mehr in der gleichen Zeit zu töten und dadurch dann mehr Erfahrungspunkte zu erlangen. Das soll es dann jetzt tatsächlich auch mit diesem Level-Guide gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe natürlich auch, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob euch das weitergebracht hat, ob das verständlich war. Ich bedanke mich jetzt natürlich erstmal wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Leveln in Diablo 3. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß in den Seasons in Diablo 3. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.